moin und willkommen zurück zu einer weiteren runde so long dark ja wir haben das letzte mal folge beendet denke ich mal wir müssen wahrscheinlich für den der bnw einige aufgänger noch sind quatsch oring das an krass schlug Was denn? Wieder eine Leiche. Ich denke, dass ich das benutze. Der Waldflüsterer gefunden in der Nähe einer Leiche und einer Leuchtpistole im Damm. Phil Jackson hat hier in der Gegend ein paar Wölfe gesichtet und letzte Woche sagte Emil, dass sie einen Bären beobachtet hat, wie er um das Lager streifte. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das nur diese Schläger von Bray House sind, die uns verjagen wollen. Aber ich halte zur Sicherheit lieber diese Leuchtpistole in griffweit. Eine bessere Waffe habe ich leider nicht. John, okay. Ja, John. Leider. Nein, ich hatte sich vor den Bären auch hier reingeflüchtet. Also wenn wir Glück haben, gehen wir da vorne jetzt gleich. Nein, 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 nein. Binden wir hier vorne jetzt gleich die erste Hälfte, die wir brauchen. Das ist okay mit Handy. BINCH 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 Hope I can still eat this. I have to read the note. This note means that the President was in peace. I have hidden it in the cave. Go to the dam, then the river along with a light pole. With a high pole, you find a cave. No, don't let it back. Aid station. That sounds like what the Trapper needs. Yeah, that's what the Trapper bought. Thank goodness. But... It's not. It must be something we can use to fix the shortwave. Wonder if this is any good to eat. This stuff will come in handy. I thought, yeah, here's so vieles drin, was we could probably need to use, because we could not really put on it. Ach. There's no place anymore. There's no more. There's no more. There's no more. Ah, okay. Wartungshinweis am Aufzug. Wartungshinweisung. Der Aufzug zickt wieder rum. Wir haben eine Mechaniker geprüft. Wir haben... Ach, Mechanik, nicht Mechaniker. Alles klar. Sie scheint aber in Ordnung zu sein. Muss ein Fehler in Electric sein. Behalten Sie sie im Auge. Sonst gelangt niemand mehr in den Turbinenraum. Zudem müsste man sonst sehr lange laufen, um den Kontrollraum zu erreichen. Okay. Er Explainer oma Wartungshinweisung Ich drehe auch gerade in die falsche Richtung, dass es jetzt nicht funktioniert. Weil eigentlich... 10 oder 16... Wenn ihr die Kombination nicht habt und nicht gefunden habt, könnt ihr das natürlich auch in der nächsten Video machen. Es dauert ein bisschen was länger, aber... Nicht den Safe auf. Und dann geht es hin. Das ist ein bisschen schade, wenn man hier anfangen keine Uhr hat. Ja, das war jetzt wieder... Nicht das, was ich wollte, aber okay. Wollte ich auflaufen. Es ist natürlich clever, wenn man das... Während der Benutzung... ... 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 wenn ich ja mal ganz ehrlich bin. Ich glaube, ich würde es besser checken auf den alten Trapper. Wir sollten definitiv wieder reingehen, weil das ist ein Wetter. Und draußen rumzulaufen. Nein, 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 nein. Ich bin ernsthaft. Ne, das wollte ich aber eigentlich auch nicht. Oh Mann. Jetzt muss ich gucken. Hier ist der Schlafsack. Würde ich sogar sagen, dass ich hier irgendwo hinschmecke. Ja, das war nicht so clever. Was ist das hier? Was ist das hier? Das Gehalt verletzend? Okay, das bleibt nachher auf jeden Fall. Wir können wahrscheinlich hier auch Feuer. Also ich würde sagen, wir sitzen hier jetzt definitiv erstmal fest. Haufen vielleicht einfacher, acht Stunden. Wunder if I can drop any of this gear. Hört sich mal zumindest so an, ne? Hätte sich das Wetter beruhigt? Wunder. 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 Ich bin ja schon am suchen. Mann, Mann, Mann. Zurück. Ich muss ja gleich ein bisschen Gäste drücken. Nein, ohhhh. Ich hab mal falsch gedrückt. Ich wollte eigentlich schlafen und mich aufheben. der schlafsack verwenden eigentlich ist ja bei meinem glück ist mein verletzungspro eigentlich auch schon wieder vorbei glaube nein so um um ich zurück es ist sehr schön das habe ich dabei da ich gerade so ein bisschen ja panik ab oder ist ja das vorhin der wert zu finden ich denke ich mal kommt er vielleicht gleich sogar wieder also ich ich anscheinend irgendwie schaffen schnell zurück an schrecken eingejagt da war ehrlich gesagt der feld auf die bahnstecke entlang besser als nach einer wildnis irgendwie verlaufen weil wir hier irgendwie auch gar keinen kompass bei haben ich hoffe jetzt auch nur dass ich das wetter irgendwie hält ich also ich vermute mal dass ich gleich die asch karte habe und hier kommt gleich schlechtes wetter da 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 hinten war eben noch ein bisschen tonne jetzt zieht sich das schon wieder komplett zu also ich denke echt mal hier irgendwas hier irgendwas schlechte im wetter wieder zu tun hier gibt es mehr wie alles andere gerade die habe ich hier vorhin sogar übersehen in den komischen behälter ja ich habe jetzt verletzendstehlich ja ich habe jetzt verletzendstehlich jetzt noch ein ganz gutes stück bis wir an die hütte zurückkommen hier habe ich jetzt erstmal nur getründet weil ich glaube dass wir gleich noch ein wolf kommt oder so wir sollten hier eh furchtig sein ich sehe gerade rechts mit dem gewichtssymbol das wir überlastet sind also recht nicht so sehr laufen ich habe hier rechts nochmal zur hütte und werde die hälfte anfreunden was ich brauche erstmal wieder beiseite legen ich habe ja überlegt wirklich ausgangsstation für alle weiteren aktivitäten also die hier eigentlich ja ich sag mal fast mittig liegen hier hier Dann der Schlafsack. Das erste Mal was ich brauche, hier rüber packen. Einen Topf habe ich aufgedrückt. Der nächste Spiel hat. E2. Können auch alle hier bleiben. Ich habe doch gesagt, der soll 6 fahren. Ich habe gar nicht einen noch gesetzt. So. Okay. Okay. Dann der Schlafsack. Jetzt ist die Lagerflug. Die Lagerflug. Das ist gut. ich würde wahrscheinlich jetzt hier die Hütte hier abfackeln verlassen mal das Ding hier schauen jetzt, dass wir vielleicht doch weiterkommen wohl ich gerade auch schon wieder sehen wir sind weit über eine halbe Stunde dran ich werde dann jetzt hier erstmal einen Cut machen geladen ist die Waffe ja wie gesagt ich werde dann jetzt erstmal beenden da ist der nächste Wolf achso genau ja wie gesagt wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge denke mal wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne Daumen da wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt lasst mir gerne noch ein Abo da ihr werdet keine weiteren Folgen mehr verpassen und ich würde mich auf jeden Fall freuen euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen sagt bis dahin Ciao der Falli ab 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 gib3 Vielen Dank.